Thema Astochastische Matrizen. Schauen wir uns mal die Einführung an. Also in dem Fall geht es um Nachrichtenmagazine, einfach abgekürzt mit S und F. Und es gibt eigentlich nur zwei Nachrichtenmagazine. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der Personen, die solche Magazine lesen, immer konstant ist. Und wir sehen hier den Übergangsgraf. Also bedeutet, kann man glaube ich auch schon fast ohne Erklärung verstehen, wenn ich Leser vom Magazin S bin, bin ich in der Woche drauf zu 70% immer noch Leser, also die Stammkunden. Wenn ich Magazin F Leser bin, bleibe ich sogar zu 80%. Das heißt, die 20%, die dann wechseln, die wechseln logischerweise zu S. Und die 30%, die von S wechseln, die wechseln dann zu F. So, also wir gehen davon aus, das ist das Modell, das ist das sogenannte Markov-Modell, dass wir immer eine feste Anzahl von Personen haben. Denkt euch an zum Beispiel 100 Leute. Und die wechseln halt hin und her. So, also das kann man, diese Wechselsituation kann man auch in so einer Tabelle darstellen, die dann auch zu einer Matrix wird. Kann man einfach sagen, okay, Zustand 1 für mich heißt jetzt S und Zustand 2 heißt F. Wenn ich, immer so spaltenweise lesen würde ich euch empfehlen, wenn ich bei S bin, bin ich die Woche drauf zu 70% wieder bei S und zu 30% bei F. Wenn ich F Leser bin, bin ich zu 20% wechsel ich zu S und zu 80% bleibe ich. Ja, Tabelle macht Sinn. Oder natürlich die Einträge der Tabelle als Übergangsmatrix. So, und jetzt, hier seht ihr schon ein Beispiel, wie man da rechnet. Die Tabelle sagt ja jetzt einfach gar nichts darüber aus, wie viele Leute gerade wo sind. Die sagt nur aus, wie viel Grad, wenn ich da bin sozusagen, wie ist dann die Wahrscheinlichkeit für nächste Woche. So, schauen wir uns mal die Aufgabe B an. Bestimmen Sie die Verkaufszahlen in der folgenden Woche, wenn in der jetzigen Woche 40 S-Magazine und 35 F-Magazine verkauft werden. So, jetzt müssen wir praktisch diese Übergangsmatrix, in der nur die grundsätzliche Wechselwahrscheinlichkeit drin steht, mit konkreten Werten zusammenbringen. Also, 40 S, 35 F. Das könntet ihr jetzt bestimmt auch ohne Matrizen rechnen. Könntet ihr euch überlegen, okay, ich bin, 40 sind bei S. Also, wie ist denn? 70% von den 40 bleiben. Aha, wie viel sind das? Und dann kommen ja von F auch noch welche dazu, 20% von 35, dann wird sich die S-Zahl in der nächsten Woche so und so entwickeln. Das könntet ihr rein ohne Matrizen berechnen. Ihr könnt es natürlich aber auch mit Matrizen berechnen und zwar ziemlich bequem. Übergangsmatrix mal alte Verteilung gleich neue Verteilung. Ihr wisst, wie man Matrizen multipliziert. 0,7 mal 40 plus 0,2 mal 35. Das ist genau die Rechnung, die ich euch gerade so ohne Matrizen schon ein bisschen so nahegelegt habe. Dann habt ihr in der nächsten Woche 35,40. Wie sieht es in der übernächsten Woche aus? Also, dann natürlich einfach diese Matrix mal 35,40. So kommt ihr Schritt für Schritt immer weiter in die Zukunft. Okay? Also, das kann man natürlich auch schön machen bei Wahlsituationen. In dem Fall habe ich halt zwei Parteien, die gewählt werden. Genau die gleiche Situation. Das Markhoff-Modell, das lässt sich für viele Situationen anwählen. Wichtig ist, wenn ihr solche Matrizen habt, das ist euch vielleicht oben schon aufgefallen, die Spalte gibt immer 100%. Warum? Macht Sinn. Ich bin ja hier Wähler von PS. Dann bleibe ich Wähler von PS oder ich gehe zu PP. Aber auf jeden Fall müssen alle 100% verteilt sein. Das ist eine sogenannte stochastische Matrix. Okay. Und dann auch hier wieder wird praktisch von der Ausgangsverteilung. Diese Ausgangsverteilung kann prozentual sein, wie hier. Oder wie oben bei den Zeitungen, wisst ihr ja noch, da waren es absolute Werte. Und dann könnt ihr euch immer Schritt für Schritt nach vorne arbeiten. x1 gibt a mal x0, x2 gibt a mal x1. Oder ihr könnt auch springen, ganz intuitiv. Wenn ihr von x0 direkt zu x2 wollt, müsst ihr eben a² machen. Einmal mit a multiplizieren, eine Stufe nach vorne. Und dann halt eben nochmal mit a, also mit a², zweimal nach vorne. Okay. Also dann viel Erfolg bei den Aufgaben.